Namaste, mein Name ist Claudia Rühle und ich bin Christian Loll. Hallo! Klänge und Klanginstrumente im Kinder-Yoga einzusetzen ist besonders sinnvoll. Und unser Ansatz hier ist auch, dass ihr mitmachen könnt und dass ihr selber auch etwas bauen und erschaffen könnt. Wir haben hier einen tollen, wunderbaren Bausatz kreiert von Klanginstrumenten, die ihr in unserem Stapter-Set bestellen und zusammenbauen könnt. Das zeigen wir euch noch, wie das funktioniert. Zum Beispiel dieses Ronna-Bachadonna-Instrument oder auch ein Regenmacher. Zwei verschiedene Arten von Rasseln. Das klingt doch nach dem Jodaschlang. Ja. Und auch ein Glockenband.